Dämonen sind die Fußsoldaten des Teufels. Häufig operieren sie in Gruppen, vergleichbar mit einer Schwadron, die das Opfer heimseht. So wie es bei den Engeln eine Hierarchie gibt, im aufsteigender Reihenfolge, ist auch das Reich des Bösen in Ränge eingeteilt. Und so wie jeder Engel einen Namen hat, gilt das auch für jeden Dämon. Heißer! Bezehub! Yatan! Ah! Heißer! Das sind einige der Namen, aus wie wir achten, wenn wir uns erst jetzt hier stehen. ... Die Erschärden, die ich in der Tatlschule verabschiede. hier Jetzt ist es so, dass in den Vatitalen nur als eine halbe Million der neuen Besessenheit ermöglicht wird. Oftmals sind erste Anzeichen einer Besessenheit sehr subtil. Der Kiefer dieses Mannes renkte sich spontan aus, während das Vaterunser bewegt wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020